Ich sag euch eins zu Fehlern. Nur wer nichts tut, macht keine Fehler oder braucht keine Angst davor haben, Fehler zu machen. Wer viel tut, tut auch öfter mal einen Fehler machen. Das gehört dazu. Und es ist nicht schlimm, Fehler zu machen, wenn du sie möglichst nur einmal machst und dann daraus lernst.